Hallo, ich bin Kaspar. Das sind Melchior und Balthasar. Uns nennt man die Heiligen Drei Könige. Wir kommen aus Persien. Heute nennt ihr das Land Iran. Wir leben um das Jahr Null und sind Sterndeuter. Vor gar nicht langer Zeit haben wir am Himmel einen besonderen Stern gesehen. Er strahlte ganz hell und zog am Himmel dahin. Wir wussten sofort, dass das ein Königsstern ist. Er verkündete uns, dass ein neuer König geboren wurde. Jetzt sind wir unterwegs und haben dem Kind wertvolle Geschenke mitgebracht. Gold, das sehr wertvoll ist, Weihrauch, der besonders gut duftet und Mürre, ein Heilmittel für kleine Wunden. Nach einer weiten Reise kamen die drei Weisen nach Jerusalem. Dort stand ein großer Palast. Sie dachten sich, wenn ein König geboren wurde, dann wohnt er ganz sicher in diesem schönen Haus. Also gingen sie hinein. Im Palast wohnte auch tatsächlich ein König. Er hieß Herodes. Herodes war aber viel zu alt, um gerade erst geboren worden zu sein. Also erzählten ihm die drei von dem Stern und fragten, wo der König geboren worden sei. Herodes erschrak. Er bekam Angst, dass der neue König ihn vom Thron stürzen und ihm sein Königreich und sein Reichtum wegnehmen wolle. Aber Herodes war schlau. Er sagte zu den Weisen, Das war natürlich gelogen. Herodes wollte das Kind töten, damit er allein König von Israel bleiben konnte. Kaspar, Melchior und Balthasar aber zogen weiter. Der Stern zeigte den dreien den Weg nach Bethlehem. Über der Krippe blieb er schließlich stehen. Dort fanden die Weisen Maria, Josef und Jesus. Ihre Freude war riesengroß. Sie knieten auf den Boden und beteten das Kind an. Obwohl sie Jesus nur in einem Stall fanden und sie merkten, dass er nicht reich war, erkannten sie, dass er ein König war. Irgendwann waren sie müde und schliefen ein. Im Traum erschien ihnen ein Engel und erzählte ihnen von Herodes' bösen Plan. Also gingen die Weisen nicht wieder zu Herodes, sondern nahmen einen anderen Weg zurück nach Hause.